Heute gucken wir uns eine coole Art an, mit JavaScript Daten zu formatieren. Also, los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie wir Daten formatieren können. Was heißt, wir sehen uns eigentlich nur eine Library an, mit der wir beispielsweise Nummern in bestimmten Gruppen formatieren könnten in einem Input-Feld oder wie wir damit Telefonnummern formatieren können oder Kontroinformationen und so weiter. Das heißt, wie wir einfach dem Usern so ein bisschen mehr Feedback geben können, beispielsweise bei der Eingabe eines Seriencodes für ein Programm oder so etwas. Es ist eine Tätigkeit, die ihr definitiv brauchen werdet und dieses Framework dafür, diese Library, ist sehr, sehr praktisch. Ja, deswegen legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Hier seht ihr die Startseite von Gleave.js. Das ist das Framework bzw. die Library, die wir uns heute ansehen. Und hier findet ihr jede Menge Beispiele, was auch der Grund sein wird, warum es heute keine Live-Demo von mir geben wird, weil alles im Prinzip hier wunderbar erklärt ist und ich das mehr vorstellen möchte als ein wirkliches Tutorial darum machen, weil es ist wirklich simpel. Also, wenn man sich diese Seite angesehen hat, sollte man eigentlich alles verstehen. Es ist auch mit allem kompatibel und als erstes müssen wir erstmal rauskriegen, wie können wir das Ganze installieren. Hierzu finden wir auf der Git-Repository-Seite einiges. Und zwar mit npm können wir das Ganze installieren, was wir auch machen werden. Dazu will ich jetzt aber erstmal zurückgehen in unsere Entwicklungsumgebung und die ein bisschen vorstellen. Was heißt, hier seht ihr jetzt unsere Entwicklungsumgebung. Die kennen alle Zuschauer, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und wer sie noch nicht kennt bzw. wer nicht weiß, wie man beispielsweise mit npm-Modulen arbeitet usw., mit Node-Modulen, der findet unten in der Videobeschreibung einen Link, wo das hier alles ins Detail erklärt wird. Für uns ist wichtig, unsere JavaScript-Datei ist leer. Unsere Main-SAS-Datei ist mehr oder weniger so formatiert, dass unser Input-Feld so aussieht, wie es hier oben aussieht. Mehr machen wir hier nicht. Was heißt, das ist für unser Video komplett irrelevant. Und in unserer Index-HTML findet sich eigentlich auch nicht sonderlich viel. Deswegen mache ich das mir eben hier wieder zu. Und hier haben wir nur unsere SAS-Datei bzw. unsere kompilierte CSS-Datei. Hier unten unsere kompilierte JS-Datei, die hier unten auf eine Min-Version geschrumpft wird. Und hier finden wir einfach nur ein alleines, für sich stehendes Input-Feld. Was heißt, es hat die Klasse Input, ist Type-Text. Das ist sehr wichtig, weil nur Type-Text funktioniert mit Gleeve. Alles andere funktioniert nicht. Und hier findet ihr einen Placeholder für den Text, der hier drin steht. Was heißt, das ist im Prinzip alles, was in unserer Datei steht. Hier ist, wie gesagt, einfach nur wichtig, dass hier Input die Klasse hat, weil damit können wir später unsere einzelnen Felder selektieren. Wir könnten hier aber auch IDs nutzen beispielsweise. So, aber wie können wir jetzt, nachdem wir mit NPM-Install unser Framework installiert haben, wie können wir das jetzt nutzen? Dazu müssen wir das importieren. Das geht wie immer mit Import Gleeve from Gleeve.js. Das heißt, wir importieren es uns einfach aus unserem Notordner. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir legen uns einen neuen Konstruktor an. Konstruktorization, eine neue Variable. Und hier sagen wir im Prinzip einfach nur, das ist jetzt unser Exempel. Das heißt, es ist einfach nur ein Beispielfeld. Und hier stellen wir jetzt eine neue Instanz von Gleeve und sagen hier Punkt Input. Das heißt, wir wollen jetzt einfach alle Inputfelder mit der Klasse Punkt Input ansprechen und sagen jetzt hier, okay, jetzt kommen noch ein paar Optionen, die wir hier übergeben möchten. Und das Erste, was wir machen wollen, wir wollen das Ganze jetzt einfach mal dafür sorgen, dass wir da jetzt drei Gruppen haben. Das heißt, wir haben jetzt beispielsweise einen Wert, der besteht aus drei Gruppen mit jeweils drei verschiedenen Zeichen, Ziffern. Das heißt, wir sagen Blocks und sagen jetzt hier, okay, eckige Klammer auf, 3,3,3 und speichern das Ganze ab. Das aktualisiert sich jetzt. Und hier kann ich jetzt, wenn ich was eintippe, passiert jetzt erstmal nicht sonderlich viel, weil ich hier Blicks geschrieben habe. Das ist natürlich nicht sonderlich gut, sondern hier muss natürlich Blocks rein. Das heißt, wenn ich das jetzt eintippe, seht ihr, ich kann nicht mehr tippen, obwohl ich auf der Tastatur gerade wie wahnsinnig meine Finger spielen lasse. Und hier sieht man jetzt, okay, es sind drei Felder. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen da mehr haben. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass zwischen diesen Blöcken auch irgendetwas ist. Und das können wir jetzt einfach mit Delimiter sagen wir, okay, wir wollen da jetzt so einen Strich zwischen haben. So ein Beispiel war, was standardmäßig ist, wenn ich das jetzt eintippe, sehen wir, wir haben hier Striche dazwischen. Wenn ich die jetzt rauslöschte, dann verschwinden die Striche auch automatisch. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Aber was ist jetzt, wenn wir beispielsweise sowas haben, wir haben jetzt hier zwei, hier haben wir vier und hier haben wir auch vier und hier am Ende haben wir nochmal fünf. Und wir wollen jetzt überall unterschiedliche drin haben. Da können wir hier einfach ein S dranhängen und sagen Delimiters und fassen das Ganze hier jetzt einfach auch in eckigen Klammern zusammen und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine eckige Klammer, einen kleinen Array und wir sagen, okay, der erste Wert wird mit einem Bindestrich getrennt, der zweite Wert auch, der dritte Wert auch. Und wir haben hier vier Zahlen, das heißt, wir haben insgesamt drei Limiter und der letzte Wert soll aber durch einen Punkt getrennt werden. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, muss ich das Komme hier noch weglöschen und speichere nochmal ab. Und tippe etwas ein, dann seht ihr, dass der letzte Wert hier zwischen dem vierten und fünften ist ein Punkt und davor sind die anderen. Was heißt, hiermit kann man sehr komplexe Werte einfach schreiben. Aber ihr könnt hier auch ein bisschen validieren, weil das Problem ist ja, wir können nur Text-Input-Felder benutzen. Das heißt, wir können kein Number-Input-Feld benutzen, sondern müssen in dem Moment so etwas sagen wie Numerical-Only und sagen hier, okay, das Ganze wollen wir jetzt nutzen, einfach mit dem Boolean sagen wir True. Und in dem Moment kann ich nur noch Zahlen angeben, keine Buchstaben mehr. Das ist sehr praktisch, wenn man beispielsweise eine Handynummer eingeben will oder eine Kreditkarteninformation oder so etwas. Aber was können wir damit sonst noch machen, außer jetzt nur hier so ein bisschen rumspielen? Wir können noch viel mehr machen und zwar können wir auch damit interagieren. Und das Wichtigste, was ich am häufigsten nutze, ist einfach die Funktion OnValueChanged. Was heißt, wenn ihr beispielsweise das Ganze nutzen wollt, um damit tiefere Interaktion zu ermöglichen, dann kann man das Ganze jetzt sagen, okay, wenn der Wert sich verändert, dann wollen wir damit etwas machen. In unserem Fall wollen wir uns das Ganze jetzt einfach mal ausgeben lassen als Konsolen-Log, damit, wenn wir hier uns das ansehen, wissen, was wir für Möglichkeiten haben. Was heißt, wenn ich hier jetzt etwas eintippe, dann seht ihr, wir bekommen hier schon mal ein Element, also ein JSON-Element zurück mit Target. Das heißt, ich kann hier Target eingeben. Das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiert sich wieder. Ich tippe hier etwas ein und wir sehen hier automatisch unser Value. Wenn ich hier etwas eingebe, sehen wir einmal unser Value, was wirklich in dem Input-Feld drin steht und unser Value, das wirklich eingetippt wurde vom User. Was heißt, das ist nicht weg. Je nachdem, wie ihr vorgehen wollt, könnt ihr gegebenenfalls beispielsweise das weiterschicken an den Server über eine Abfrage oder in einer Variablen abspeichern oder so etwas. Oder ihr könnt das neue Value dann einfach mit dem normalen Formular Submit wegschicken oder so etwas. Wichtig ist, was hier drin steht, ist vor allem das hier hinten sehr wichtig. Und wenn ihr das an der Datenbank schickt, würde ich persönlich immer davon ausgehen, dass man das Raw Value schickt und das hier vorne nur für den Nutzer Input lässt, weil es auf dem Server eh nochmal validiert werden muss. Und dann kann man meistens besser damit arbeiten, wenn es einfach nur Zahlen sind, wenn man beispielsweise so eine Seriennummer hier validiert. Aber ihr könnt natürlich auch dem Server ein bisschen Arbeit abnehmen und einfach direkt so eine Nummer dahin schicken. Das ist ganz euch und eurem Team überlassen. Aber wir können jetzt noch mehr machen. Das heißt, wir haben hier ziemlich viele Möglichkeiten, was wir damit alles machen können. Zum Beispiel sagen wir jetzt, wir wollen vor unserem Wert, das blende ich immer wieder aus und das kommentiere ich aus, vor unserem Wert wollen wir jetzt ein Präfix haben. Beispielsweise sagen wir, das ist ein Land oder sowas. Das heißt, wir sagen jetzt Präfix und können jetzt hier etwas sagen, zum Beispiel DE wollen wir jetzt davor haben mit so einem Strich. Das Ganze können wir jetzt abspeichern und haben jetzt hier einen Wert, den können wir hier reinschreiben. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mit Numbers Only und das funktioniert auch nicht mit diesen Werten, beziehungsweise eigentlich müsste es funktionieren. Allerdings muss ich dann das hier am Anfang, glaube ich, auf drei setzen. Und wenn ich das jetzt hier eintippe, na, es funktioniert trotzdem nicht. Hm, doch, jetzt funktioniert es. Was heißt, ich habe hier am Anfang drei Stück. Sage jetzt mal, okay, bleibt bei zwei die erste Gruppe. Und jetzt kann ich hier einfach so eine ID sagen, wenn ihr beispielsweise Produktgruppen eingeben müsst. Dafür habe ich es nämlich schon öfter genutzt. Das ist, wenn man irgendwie ein Tool schreibt, wo die Leute neue Produkte hinzufügen können oder nach bestimmten Sachen suchen können, nach bestimmten IDs im Lager. Dann ist es ganz wichtig, weil die haben ganz häufig so Präfixes vorne dran, wo irgendwie die Produktkennung mit differenziert wird und solche Geschichten. Deswegen ist das ziemlich wichtig, dass man sowas machen kann und das spart einem eine Menge Arbeit. Allerdings kann man auch andere Punkte damit, ja, noch ein bisschen genauer vertiefen. Wie zum Beispiel, dass wir Zeit eingeben. Das heißt, wir löschen das jetzt einfach mal weg und sagen, wir haben jetzt hier eine Time. Das Ganze ist True. Speichern wir ab. In dem Moment kann ich hier nur noch Zahlen eingeben, automatisch. Und ich habe maximal diese drei Zahlen. Das funktioniert ziemlich simpel, aber wir können auch Tage- und Datumsformate damit ändern. Und das ist eine Funktion oder ein Feature, was ich wirklich praktisch finde. Weil wenn man dafür sorgen will, dass Daten immer gleich eingegeben werden, kann man natürlich entweder das Datumsfeld nutzen. Hilft eine Menge. Ist auch sehr praktisch. Würde ich auch empfehlen zu nutzen, weil man da direkt diese Kalenderauswahl hat und so weiter. Aber wer das damit beispielsweise formatieren möchte, der kann hier ganz einfach sagen, okay, er hat jetzt Date. Sagt, das Ganze ist True. Speichert das ab und kann jetzt hier ein ganz normales Datum definieren. Und vor allem können wir uns manuell das Datum festlegen. Das heißt, wir können sagen Date Pattern und sagen jetzt hier wieder mit eckigen Klammern. Als erstes kommt, wir sind in Deutschland, also kommt als erstes das D. Als zweites kommt der Monat. Und als drittes kommt das Jahr mit Y. Das heißt, die Standardformatgeschichte, die man sowieso kennt, können wir jetzt eingeben. Können das hier eintippen und haben jetzt hier wunderbar unser normales Datum und können jetzt hier natürlich auch wieder mit unseren Trennungen beispielsweise uns da einen Punkt zwischen machen. Wenn wir das jetzt hier eingeben, haben wir ein ganz normales Datum formatiert, allerdings 2100 Jahre in der Zukunft. Das ist natürlich ein bisschen weit, aber das ist jetzt für das Tutorial erstmal nicht so wichtig. Grundsätzlich ist das aber schon mehr oder weniger alles, was diese Library bietet. Und ich finde es wirklich zeitersparend. Wie ihr habt gesehen, es ist sehr, sehr simpel. Ihr könnt es innerhalb von, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden bei euch einbauen und spart euch damit eine Menge Arbeit, wenn ihr beispielsweise so Inputfelder wirklich mal formatieren müsst. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil, das nicht selbst zu tun, weil es ist einfach ein Heiden-Act. Beispielsweise wirklich sowas mit Gruppen hier zu formatieren oder auszufiltern und so etwas, würde ich ungerne selbst machen. Kann man natürlich, ist eine Menge Aufwand, man lernt eine Menge dabei, aber es ist nicht wirklich zeitersparen. Und daher empfehle ich wirklich, guckt euch diese Library an und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das war es dann schon wieder für diese Woche. Was heißt, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr diesen Schellen unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich auch einen Link zu Amazon Affiliate bzw. zu Patron. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video.